Servus Freunde, willkommen zurück bei der Shisha WG. Wir testen heute mal wieder einen Social Smoke für euch. Als erstes geht es da um den Mesmerize. Sollte euch das Video gefallen, lasst uns gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da und jetzt viel Spaß beim Video. So, da sind wir wieder mit dem Mesmerize von Social Smoke. Da man sich unter dem Namen ja relativ wenig vorstellen kann, erstmal, was soll das Ganze sein? Auf der Social Smoke Seite steht nur ein Fruity Candy Mix. Sind wir auf jeden Fall gespannt. Wir kommen gleich zum Geruch und dann gehen wir da ein bisschen näher drauf ein, was das für uns bedeutet. Erstmal blenden wir euch aber den Kopfbau ein. Da seht ihr schon Schnitt und Feuchtigkeit. Das geht auf jeden Fall klar. Er ist relativ grob, also definitiv gröber, als man das so im Moment auf dem deutschen Markt gewohnt ist. Aber ihr habt es gesehen, in der Japona Turkish Bowl auf jeden Fall absolut kein Problem. Lässt sich sehr angenehm bauen und die Feuchtigkeit ist definitiv perfekt. Er ist sehr schön feucht, aber alles perfekt eingezogen. Von daher auf jeden Fall absolut keine Probleme. Rauch guckt ihr euch ein bisschen bei mir an. Warren kommt schon mal zum Geruch. Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr künstlicher Tabak. Es ist nicht sowas, was ihr so dran riechen könnt und sagt, okay, das riecht nach authentischer Frucht von XY, sondern wirklich ist es so eine sehr, sehr künstliche, ja, Bonbon-Note, die aber sehr, sehr fruchtig ist. Also das erste Mal, dass ich dran gerochen habe, dachte ich mir direkt so, ja, ihr kennt wahrscheinlich alle noch diese typischen Kaugummi-Automaten, wo man einmal dran drehen konnte, irgendwie 10 Cent reingeworfen hat und dann hat man Kaugummi rausbekommen. Genauso riecht er auch. Also es ist definitiv sehr künstlich. Es ist ein bisschen so nicht wirklich abgestanden, aber so ist es schon sehr, sehr künstlich-chemisch. Ich muss wirklich sagen, beim Geruch ist es so eine zwiegespaltene Sache. Es gefällt mir, aber auch gleichzeitig schreckt es mich ein bisschen ab, weil es so künstlich-chemisch ist. Von daher bin ich auf jeden Fall gespannt, wie es dann am Ende raucht und dann schmeckt. Ja, Rauch seht ihr ja schon, der geht auf jeden Fall klar. Da hätte ich auch nichts anderes erwartet. So feucht wie der Tabak ist, so schön aufgenommen wie der die Molasse ist, definitiv kein Wunder. Läuft auf jeden Fall sehr gut. Auch Rauchverhalten ist definitiv perfekt. Geruch kann ich eigentlich wirklich gar nicht mehr so viel anderes oder Neues zu sagen. Er riecht wirklich wie diese extrem bunten künstlichen Kaugummis, die man früher aus diesen Automaten kennt. Es geht sehr stark so in die Richtung Hubba Bubba, aber wirklich so die extremsten Sorten. Es riecht sehr intensiv, wirklich krass. Diese künstliche Note ist am Ende fast ein bisschen störend, weil es wirklich extrem intensiv ist. Ich mache direkt weiter mit dem Geschmack, da ist es bei mir ganz genauso. Nur ein bisschen weniger intensiv. Ihr habt immer noch diese leckere Bonbon Note am Start. Also Fruity Candy trifft es da für mich ziemlich, ziemlich gut. Ihr habt einfach diese leckere Bonbon Note, die man von früher kennt, von diesen Bonbons aus dem Automaten. Beim Geschmack muss ich persönlich sagen, ich bin ein bisschen überrascht. Also es ist definitiv nicht mehr so künstlich-chemisch, wie man es vom Geruch kennt. Es ist eher so fruchtig, Bonbon mäßig, aber keinesfalls mir diese störende chemische Note bei. Gefällt mir ziemlich gut. Ich muss auch direkt sagen, ich würde dem Tabak einfach eiskalt die neuen Sterne geben, weil ich finde, es ist ein sehr, sehr leckerer Tabak, der gut umgesetzt ist, der sehr gut raucht. Von daher kann man da eigentlich gar nicht wirklich meckern. Das Einzige mit dem Einsternabzug, was bei mir dann der Fall ist, muss ich einfach wirklich sagen, ich bin diese chemischen, künstlichen Sachen nicht so gewohnt, beziehungsweise mittlerweile mag ich sie auch nicht mehr so krass. Deswegen, ja, von mir halt der Sternabzug, weil ich einfach finde, ja, authentische Candy-Note wäre cooler, wäre wahrscheinlich aber auch verdammt schwer mit der Umsetzung. Von daher ist es halt so Meckern auf ganz hohem Niveau. Ja, da für mich Candy eh immer meistens sowas, immer meistens, in der Regel was sehr, sehr künstlich ist, gerade wenn es um so Bonbons geht, finde ich das auf jeden Fall gar nicht so schlimm. Es wäre eher genau das, was ich erwarte. Wo ich aber einen Punkt abzugeben muss, ist definitiv der Preis. Ich hätte mir gewünscht, dass Social sich vielleicht langsam so ein bisschen den anderen Leuten anpasst und vielleicht ein paar Euro runtergeht. Wir haben jetzt gerade die 100-Gramm-Dose hier und sogar die kostet schon 15,90 Euro. Und für 250 Gramm zahlt ihr 32,90 Euro, was wirklich wehtut, wenn man überlegt, dass man bei manch anderem Tabak da einfach zwei Dosen für bekommt und dann 400 Gramm statt 250 hat. Das tut auf jeden Fall weh, deswegen ein Punkt Abzug von mir. Ich finde, dass der künstlich schmeckt, ist gerade bei einem Bonbon-Tabak definitiv nichts verkehrtes. Ich meine, wie soll das Ding auch natürlich schmecken, aber trotzdem nach dem, was er schmecken soll, macht für mich einfach nicht so viel Sinn. Deswegen auf jeden Fall da kein Stern-Abzug. Aber ihr merkt schon, ich komme auch bei den Neuen raus, deswegen gibt es da gar keine Diskussion. Ein sehr leckerer Tabak, wieder ein krasser Tabak von Social Smoke auf jeden Fall. Ich bin gespannt, wir haben noch zwei andere Sorten. Also wenn ihr mehr von Social sehen wollt, auf jeden Fall Däumchen nach oben oder Abo da lassen. Und dann sehen wir uns in dem Video hoffentlich wieder. Bis dahin, macht's gut, eure Shisha-WG. Ciao.